Ja, und ich finde da den Punkt, den du ja herausgehoben hast, ist dieser Effizienzgewinn. Und wir haben ja vor Wochen und Monaten immer wieder unseren Hassliebebegriff der Produktivität immer wieder so erwähnt, weil das ja scheinbar oft so als Maßstab für etwas genutzt wird. Ja, wie produktiv warst du, wie produktiv ist die Zusammenarbeit in dem Team und so weiter und so fort. Und ich habe aber eben das Gefühl, dass genau bei sowas auch diese Effizienz so ein bisschen falsch verstanden wird oder falsch gebraucht wird. Und es kann daran liegen, dass die Unterschiede zwischen effektiv und Effizienz einfach immer schwer sind. Und da tue ich mir selber immer schwer damit. Also immer, wenn ich es verwenden möchte, gehe ich zuerst mal in den Duden oder so und versuche wirklich das richtig zu finden, was ich damit sagen möchte. Aber genau der Punkt, den du so schön aufgezählt hast mit, wenn einem das tatsächlich so wichtig ist und der Punkt ist, ob es sinnvoll ist, ist eine andere Sache. Aber klar, ich meine, wenn ich effizient sein möchte, dann kann ich auf dieses Laufband mein Meeting machen und kann währenddessen meine Salate essen und kann aber eigentlich auch gleichzeitig auf einem Ohr ein Audiobuch hören oder weiß ich nicht, noch unendlich viele Braingames machen währenddessen, weil, naja, das kann ich ja doch alles gleichzeitig machen. Ich meine, die Füße gehören ja nicht zum Meeting dazu oder ich kann ja trotzdem essen während dem Meeting. Und das ist irgendwie so eine schwierige Perspektive, weil, wie gesagt, das lässt sich ja mit keinem der, wie wir immer darüber sprechen, über diese Rahmenprinzipien, die wir gerne erwähnen, das lässt sich mit nichts davon so richtig vereinen. Also ich glaube, wir sind ja immer auf der Ebene unterwegs, dass alles bestimmte Grenzen haben muss, weil diese einzelnen Dinge nur dann funktionieren können. Und das beste Beispiel ist ja dieses Deep Work. Deep Work hat ganz bestimmte Regelungen sozusagen und einen ganz bestimmten Rahmen, der nur so funktioniert. Sobald du sagst, du machst Deep Work, hast aber nebenbei dein Handy auf laut geschalten und hörst die ganze Zeit deine E-Mails, die reinkommen, machst du schon nicht mehr Deep Work. Und dann ist dann die Frage, klar, du bist effizient, weil du unter Anführungsstrichen arbeitest und dein Handy, deinen Chat im Auge hast, aber kommst du wirklich so weiter, wenn du Deep Work machen würdest mit diesem singulären Fokus auf diesen einen Task, auf diese einen Problemlösung. Und das finde ich eigentlich sehr faszinierend, dass es in der Business-Welt noch immer in den meisten Fällen tatsächlich auf diese fehlgeleitete Effizienz geht. Und das war auch natürlich ganz interessant, wenn man da so ein bisschen in die Kommentare reingelesen hat. Also da gab es sehr, 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 sehr wenige, die das kritisch angemerkt haben mit Ja, aber übrigens, wenn du Sport machen möchtest, dann solltest du Sport machen. Und wenn du in einem Meeting teilhaben möchtest, dann sei beim Meeting. Und nicht quasi ständig die Kommentare, wow, das ist ja super, der Mensch hält sich richtig gesund, das ist echt toll, wow, sowas bräuchten wir auch in unserem Büro. Und da frage ich mich immer, wo die Konzepte fehlgelaufen sind oder wieso diese Effizienz so antreibt. Weil, wie gesagt, also den Produktivitätsbegriff lasse ich jetzt mal in Klammer, aber das ist irgendwie beides sehr schwierig vertreten. Vielen Dank.